Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Modern Warfare 2, diesmal aus meiner Sicht mit dem lieben Herrn Chris. Hallo. Hallo. Ja, ich werde jetzt gleich mal wieder eine Runde snipen. Weil natürlich, ich bin an sich nicht so ein nicht sehr guter Sniper Schütze. Jedoch wollte ich jetzt ein bisschen hier meine Sniper aufbessern, deswegen schütze ich jetzt auch ein bisschen mit der Spiele. Hm. Der Feind an unserer Flagge! Ja. Ja. Was, der Feind an unserer Flagge? Ja. Ist das irgendwie das Ding? Ach, das war lustig, als wir zum ersten Mal zusammengespielt haben, hast du noch gesagt, du bist voll der Sniper Noob. Ja, und jetzt spiele ich für Sniper, ich bin ja auch ein Noob. Okay. Das Problem ist nur, wenn ich hier aufnehme, wenn es zwei dann reagiert, alles irgendwie ein bisschen später. Ah, ich bin doch nicht mit der Sniper. Okay. Weil, dann ist es irgendwie schwieriger zu spielen, wenn ich hier spiele. Weil dann jetzt mit aufnehme, da funktioniert alles irgendwie nicht so flüssig. Okay. Ich finde aber, ich finde nie jemanden. Das Spiel hat schon immer so ein paar Lecks. Ja, aber... Das klein, Alter, wie viele sind denn hier? Oh, da, ich hab dich getötet oder noch? Warst du das? Ja. Nee, so ein anderer hat nicht. Weißt du? War noch. Nee, war ich nicht. Das ist doch schon ganz langweilig, Chloe. Tja. Ich mag die Karte nicht. Ich meine, wenn man die zweimal hintereinander spielt, ne? Ja. Ja. Der Feind hat unsere Flagge fallen gelassen. Doch, Deckung, lade nach! Lade nach! Unsere Flagge ist zurück! Oh, Mann! Kann der Flangtyp nicht mal stehen bleiben? Ja, der rennt die ganze Zeit weg. Okay. Oh, sieht aus, als ob du verlierst. Ja. Ja. Boah, diese kleine Lecks ringt schon extrem auf, ey. Oh. 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 Oh, jetzt muss ich wieder warten. Diese Runde kriegt immer ein bisschen auf die Eier. Jo. Vor allem, wenn's die gleiche Karte ist. Ja. Kann sein, dass ich gerade an Taktik-Anstieg kaputt gemacht hab. Oder hast du einen gelegt? Nö, ich hab keine mehr. Oh, was ist die Steine? Ich hab mich davon befreit. Sie hat unsere Frage eingenommen! Bist du von diesem... ...von dieser Last losgeworden? Ja. Nun haftet etwas von mir. Okay. Was dann auch an anderen haften kann. Boah, ich hab grad einen mit einer Semtex getötet. Geil! Ja. Ich werf irgendwie so einen Taktik, ich weiß auch nicht warum ich denke, wenn ich kann. Letztens hatte ich so ein Wurfmesser. Boah, jetzt hast du ein Wurfmesser. Ja, ich auch. Deshalb hab ich's ja nicht mehr. Ich teste gerade müssen meine Granaten tasten. Dann stelle ich schon wieder so lange. Darf ich als zweites? Für eine Granate? Oh. Landkammer. Ach man, was soll das denn? Ohhhh, verpacke! Du stirbst grad viel. Ja, ich bin auch so ausgemessen. Ja, das kann nie. Ich würde sagen, ich mach jetzt mal zwei Runden in einer Folge, weil die Folgen sind irgendwie immer recht kurz. Ja, stimmt. Ach so, und das... Man! Ja. Das mit dem, ähm... Alle zwei Tage eine Folge ging leider nicht, ne? Weil ich von Valve, also dem Entwickler von Steam, auf Multiplayer gebannt wurde. Und nur noch auf Hackern, Server spielen konnte. Aber sag mal die Grunds. Sag mal die Grunds. Ach so, ja. Weil... Ne, ne. Ich war auf dem gehackten Server. Oh, Halbzeit. Okay. Und... Ja, ich bin Level 70 aufgestiegen. Und... Ja. Und seitdem... haben die mich halt gebannt. Weil ich angeblich der Hacker war. Äh, jetzt habe ich die aber angeschrieben und die haben das wieder geregelt. Obwohl auf deren Seite steht, dass die sowas eigentlich nie zurücknehmen würden. Ops, sorry. Ja. Ende. Das war übrigens bei mir genauso, nur dass ich nicht gebannt wurde. Ich bin auch auf so einen komischen Server gegangen. Wo ich für einen Kill irgendwie 10.000 Punkte bekommen habe. Den dann nach... Nicht 10.000 Punkte, aber sehr, sehr viele Punkte. Oder nach einem Spiel Level... 50. Wo ich vorher irgendwie da mit 6 oder 7 war. Und deswegen... Aber ich wurde komischerweise nicht gebannt. Ja, eben war ich auf dem gleichen Server. Da habe ich aber mit meinem Laptop gespielt. Da habe ich einfach mal schnell einen Akku rausgenommen. Achso. Haha. Der Feind hat unsere Flagge fallen gelassen. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Der Feind hat unsere Flagge! Was? Was? So nachgeladen. Nein, 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 nein. Oh, ich bin so im Mongo, ey. Boah... Boah... Ich habe 6 kills und 14 Tode, ey. Ich hab... 6. Oh je. Fuuuuuuck! Scheiße! Ich hab die Vorräte... die Vorräte etwas behindert platziert. Direkt unter der Brücke. Was müssen wir grad holen gehen? Alter! Willst du mir sagen wo du bist? Ich bin grad gestorben, ich snipe jetzt noch. Oder ne? Der Feind hat unsere Flagge feiern gelassen! Unsere Flagge ist zurück! Hala! Ich hab das Mensch grad abgeschossen worden, wenn ich meine Kasse geändert hab. Feindliche Flagge verloren! Alter, diese Lecks hier mit aber so auf die Eier, das gibt es gar nicht. Die feindliche Flagge wurde zurück! Du kleine Schwuchtel, verreckt doch mal! Alter! Boah, das lag grad irgendwie auch bei mir. Wahrscheinlich ist das wieder irgend so ein binderter Host, der kein vernünftiges Internet hat. Ja, aber bei mir lagts grad so oder so, weil ich halt aufnehme, oder was? Da lagts irgendwie immer, ich weiß auch nicht, Alter, warum? Na ja. Na ja. Oh, okay. Das kann man halt länger ändern, aber ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall lässt sich das Spiel nicht sehr... Alter! Nicht sehr flüssig im Spiel. Okay. Oh, du hattest ne Sniper? Ja. Die liegt hier. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ah, jetzt bin ich tot! Mann! Die Runde geht mir grad erst noch ein bisschen auf die Eier. Es gibt immer eine zweite Runde. Ja. So. Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Nein! Sie haben unsere Flagge eingenommen! Ach. 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 So. Er ist jetzt rund. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf die Karte. weil das auch weh. Ach. Und schon. Du. Oh. Ach. Aua. Oh, Alter. Oh, Mann, ey. Na gut, ne, dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Runde. Ne, das ist die Gegner. Ich habe eben damit nächste Runde, meine ich eigentlich, dass da wegen der kleinen Runden da. Auf jeden Fall. Und natürlich eh gerade Hausmechan. Hausmechan. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.